Hey Leute, Kicks am Start. Es gibt mal wieder gratis Items bei Rocket League und zwar müsst ihr dazu in den Item Shop gehen und dann müsst ihr hier zu dem Reiter gehen, bei dem Fiesta Latina steht und dort bekommen wir drei verschiedene Hymnen und sogar Felgen, die hier zum Beispiel sehr gut zu diesem Bronze Decal passen. Also das solltet ihr auf jeden Fall auschecken. Holt euch das, solange es noch im Shop ist. Wenn ihr euch was im Shop gönnt, tragt gerne meinen Creator Code Kicks Tipps im Item Shop ein und hier findet ihr noch ein Video, wie ihr in jedem Match den Rang von euren Gegner in den verschiedenen Modis sehen könnt. Haut rein und bis zum nächsten Mal, euer Kicks.